Tagesinfos zum 15.12.2011 Donnerstag Sonnenaufgang Stuttgart, 8.11 Uhr morgens und Untergang 4.28 Uhr abends Tageslicht 8 Stunden, 18 Minuten Abnehmender Mond, 349. Tag, 50. Kalenderwoche Florenzertemperaturaufzeichnung Bill of Rights 1 bis 10 Napoleon Bonaparte im Invalidendom Sitting Bull, erschossen und geschändet Geburtstag Renate Kielmast Todestag Walt Disney Kirchlicher Gedenktag Christiana Kleines Mädchen ertrunken Plage in Karlsruhe Schüler hingen 1 Stunde in der Gunde Fliegt der Dreamliner, saufen ohne Ende Ausgespart, keine Euro-Bonds Scharfer Südwestwind Fast bis zum Jahreswechsel Schuss in den Rücken Freilassung auf Portion Mehr Geld Facebook Chat Bye-bye-IT-Sparte Patchday Nur dies besorgt Promi-Trennung